Wertung. Nächste dann, auch schon bekannt für diejenigen Zuschauer, die bereits seit 15 Uhr dabei sind. Carolina Pascual aus Spanien. Natürlich sind es weitgehend immer dieselben Gymnastinnen, die sich für das Finale qualifiziert haben. Ich glaube insgesamt nur elf in allen vier Finals von den insgesamt 31, die gestern an den Start kamen. Jetzt kommt wieder dieser Doppelwurf. Da hat sie das mal zwei Schritte gemacht, eine Rolle. Das war's für Sie. Karolina Pascua Die Wertung für Irina Deliano in der A-Note 6,60 Punkte, in der B-Note 2,80 Punkte. Die Zeitlupe. Doppelwurf. Und ein sogenannter Stütz. Sehr viel Ausdruck immer. Sehr temperamentvoller Spanisch. Und 9,6 Punkte für Karolina Pascua.